Hallo und Herzlich Willkommen zu einem neuen Display von League of Legends, dieses Mal mit Poppy, und zwar Top, ähm, joa genau, äh, wieder Ranked natürlich, äh, und mit einem wunderbaren Team, mit Ari, äh, Braum, Tristana und Nidalee. Okay, dann bin ich mal gespannt. Ich bin auch gespannt, ob ich, äh, Top überhaupt gegen Mundur so eine Chance hab, aber, ja, wenn das einen, seinen Ball nicht so gut, äh, werfen kann, dürfte das kein Problem sein. Und Lee natürlich mit Jungle, es ist immer sehr schwer. Caitlyn unten, naja, Nidalee, hm, hoffentlich ist, äh, der Jungle gut. A Nautilus hat Ignite und ist unten. Oder er ist oben, nee, das macht keinen Sinn, der ist unten. Hm. Ähm, Kasadin gegen Ari, joa, könnte klappen. Joa, ne? Schockhammer, bam, bam, bam. Ähm, joa, was soll ich denn? Gators of Thunderlords. Achso. Ja, hat wahrscheinlich falsche Masteries, hä? Oder eine komische Masteries, keine Ahnung. Machen wir hier mal ein Wort rein, falls die dumme Sachen machen wollen. In unserem Jungle. Aber das denke ich nicht mit Lee, der und Mondo ist auch rum. Alles klar. Der würde eher unser Red, äh, Clown als unser Blue. Denk ich mal. Dam, 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 dam. Hm. Joa. Oh. Der war nicht schlecht. Ups, scusy. Ähm. Joa. Jetzt habe ich halt ja kein Wort gegen Lee. Oh, das, das. Das ist kein Problem. Weil ich am Anfang kann die Poppy halt mit ihren E ziemlich gut, äh, wegraschen. Und hier scheint es auch ganz gut zu gehen. Also unsere Epochen ziemlich, in der Mitte auch. Läuft. Läuft. HIECHICHI. Das ist nur Flash. Hups, uff, uff. Arsch. Au. Echt jetzt? Okay. Hatte der Lee einen Bug oder ein... Äh... Oh Gott, das will ich gleich nochmal sehen. Was war das? Der... Ja, das... Ganz ehrlich, das muss ein Deck gewesen sein, weil, ähm... Der stand ja vor mir und hat mich nicht angegriffen. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Der hat hier ein Wort drin und jetzt wird er gleich zur Wand gehen und... Ja, okay. Ich... Ich dachte, ich kann ihn nochmal an die Wand nennen. Ja, das wird... Oh. Der nimmt ziemlich Schaden von mir. Das finde ich sehr gut. Das finde ich außerordentlich fantastisch. Ähm... Ach, das... Was war denn das gerade? Und ganz ehrlich, ich hatte... Ich hatte echt Glück, dass... Ähm... Ja, ich... 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 Nee. Ich bin... Hab voll das HP. Äh... Ich hatte echt Glück, dass der Mundo äh... noch gegolten hat, weil den habe ich ja an sich nicht angegriffen, sondern wir dominiert und... Und... Oh, komm, komm. Stirb. Och. Ja, Mundo mit seinen blöden... Ähm... Lebensregenerations... Scheiß. Mischmodder. Denk ich... Bums. Bla. Was macht der jetzt da? Wird der Kurs verhaftet? Der hätte zurückgehen sollen. Naja. Mh... Soll ich den angreifen? Nee. Ich lasse den mal ein bisschen farmen hier. So, was kaufen wir hier? Nee, ähm... Ich kaufe... Ich kaufe... Ich glaube, ich kaufe erst mal Sunfire. Sunfire, Mann. Ja. Und ein Schuh. Den zweiten kaufe ich das nächste Mal. Ja. Na, sonst soll ich... Teleport machen? Gut, das ist knapp, das ist... Ups. Du, herrlich. Oh, gut. Mh... Ne, mach ich einfach hier im nächsten Mal. Weil... Oder soll ich? Ja, ich... 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 Ich weiß nicht, ich weiß nicht, die Niederleikum. Die... Ich... Ich... Ne. Ups. Scheiße. Ja, da komme ich halt. Ja, sehr gut. Ich... So, mag ich das. So, mag ich das. They have no words. Okay. Okay. Da kommt Kazadin gerade runter. Ach komm. Okay, dann machen wir halt jetzt... Die... Ich... Ich... Ja. jetzt kommt er okay na schade 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 das stimmt Kili und dann noch eins jetzt wird und wieder gepusht was wir gerade gähnen hat niemand merkt alles gut sie hatten ein ein ulti verkackt ich hätte aber auch viel reagieren müssen n auch ich hab 3 0 ja aber das ist das am anfang des zählen nicht war eher glücksacher als könnte jetzt wird mittelgegelt alter der muss echt auf sein Leben achten er hat schon die hälte weg von zweimal draufhauen wahahah da habe ich noch nicht mal meine damage items mh da ist der Lee irgendwo da soll er wohl kommen soll er wohl kommen dann komme ich auch mal mh 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 g mh 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 das hat er echt Prozent aber macht er kann Ruhr unten zieht nicht so gut aus muss sich tun musste ich tun das war da scheiße der Turm ist auch weg sehr schön jetzt brenne ich die Nieder sollte mal ein bisschen unten aufpassen jetzt noch kurz antworten und unten ich könnte runterflaschen älten vor Ort in der Fläche ist so groß ich kann über die ganze Karte ja in der Liedkampfer nie Dari kommt auch die mich nicht das ist alles im grünen Bereich alles im grünen Bereich, niemand von denen gefühlt und von uns eigentlich auch nur ich, aber ja das ist nicht so gut ich geh glaube ich eher tanky weil bei uns ist jetzt nur Braum-Tanky hoffe ich bei denen hat nur die Catelyn 2 und 1 Scheiße Ach ja Was ist los mit dem? Der ist echt komisch das ist doch so richtig komisch Wahrscheinlich war ja im vorherigen Spiel etwas gefiedert und äh jetzt spielt dann ein bisschen greedy ne? mh so ja oben ist es ne die Packung ist jetzt hier ne machen wir die 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 das ist ja ein das ist ja schon immer weg kommt schon noch in der Mitte ist jetzt wieder wieder alles ruhig Poshy kann ein bisschen ja die Minions Poshy nicht dass die in den Schreik dann machen ich hätte jetzt Bock auf eine Pizza ähm ja gewinnt er, gewinnt er, gewinnt er okay jetzt mal jetzt ich hab die nicht bekommen aber die bekommen die, sehr gut jetzt machen wir den Side-Drake es läuft gar nicht mein Turm ist weg es ist scheißegal, dass wir den mittleren Turm und den Drake bekommen haben mein Turm ist weg in tiefliefern Simundo z Oiii 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 I play so much Oiii Oiii I used to pick ... Na ja Ja jetzt jetzt ist in der Mitte wieder Party Party Ich gehe in die Mitte Jetzt wollen die es aber wissen hier Das klingt so falsch Ich gehe nicht Ich gehe nicht nachher Pass auf Pass auf Abgewehrt, sehr schön. Schau, wir haben es nicht gut gemacht. Aber an die Caitlyn kommen wir echt nicht gut ran, also die beschützen die ja schon auch gut. Mann, ich muss gerade echt oft gähnen, das ist ja gerade. Man kann auch nicht einfach schnell das Fenster aufmachen. Das macht auch nicht viel damage. Von einem Schuss kann ich das sehr gut sagen. Dass es keinen viel damage macht. Naja. Aber kann sein, kann sein, kann sein, kann sein, ein bisschen Schaden, weil ich nicht kann. Das war das denn gerade? Habe ich gerade echt das Schild vom Raum gesehen, wie ich das gerade machen wollte? Also gerade habe ich so eine längliche, ach ist doch nicht. Ja. Oben ist das spiel vorbei ok alles klar die ist echt nicht so gut okay ich sag erst der Lee ist nicht so gut wenn er die Fall kackt also ich weiß nicht wie es euch geht aber ich denke der Lee ist nicht so gut ich weiß es gerade nicht Fail ok unten ist alles gut da ist alles gut da ist nicht alles gut ja ich gehe mal hoch aber ich denke mal dass der Lee ähm ja dass der Lee ein paar ähm Internet-Bootlinge hat weil also das erste Mal hat er nicht angegriffen unter dem Turm und hier es sieht einfach so aus als hätte also entweder er hat eine Graub aber das denke ich nicht oder er hat ähm er verzögert einfach mal was das kann halt auch sein die 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 ich etwa ich bin doch ein kleines schmütchen Schade, sie hat noch den Traum bekommen. Ah gut, der dritten Tristan ist auch jetzt ein bisschen gegründet. Und den dritten Drake, sehr gut. Dann pushen wir mal da. Ja, braucht sie eigentlich nicht. So, sie brauchen mich nicht. Sehr schön. TP, nee. Info und so 60 Sekunden erst. Jo. Wartig. Ach so. Ja, okay. Na, Ich raten. Der braucht wir uns auch. Na, 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 na. Die Lolo-Lolo-Lolo-Lolo. Oh. Das sieht gerade echt lustig aus. Es läuft gerade echt wie geschmiert. Aber ich glaube, sie haben das Late Game. Wegen Mundo, wegen Catelyn, wegen... Äh, ja, Nauti muss das sein. Ach komm, ach komm. Ach komm. Da verkack ich den sogar noch. Ach komm. Ne, dann, dann, ne, dann will ich nicht, dann, oh, oh. Da sag ich dir ja schön hallo. Jetzt die, die bekomme ich nicht. Ach so, ich lebe nicht. Oh, schön schön, schön schön. Junge, ich hab das überlegt. Das hatte ich jetzt nicht gedacht. Ich hab das überlebt. Wie ist denn das? Hohoho. Juhu. Sehr schön. Mehr Glück als Verstand, der Kleine. 11, 11, 11, 10, 10, ne? So. Der, okay. Wollte gerade sagen, der, der sollte das nicht machen. Ich sollte da jetzt auch weggehen. Am besten. Na, Ari sollte da auch weggehen. Ähm. Der sollte nicht so punkten. Sollen wir hier? Die haben wir gewordert. Das geht doch mal gar nicht. Der, 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 ähm. Ich mag das Team, das ist cool. Das arbeitet echt gut zusammen. So soll das nämlich funktionieren hier. Ich bin mal gespannt. Also, ähm. Entweder. Wir pushen jetzt in der, in der Mitte. Und machen ziemlich, äh. Klar, Chef. Oder die holen nochmal auf. Es wäre natürlich viel cooler, wenn die nochmal aufholen würden. Das macht das Ganze ein bisschen entspannter. Ne? Hm. So, okay. Ich komme jetzt auf die Bühne. Und, halt wieder in die. Ich lege. Da ist der Mund, oder? Und der Kassel. Ups, ups, ups. Hm. Das ist gut. Das ist gut. Und die. Ich tue die Kassel. Ich tue die Kassel. Sehr schön. Sehr, sehr, sehr gut. Die machen kein, also die, die spielen nicht sehr, also. Hm. Ich weiß nicht, ob sie, sie, sie spielen schon gut. Aber gerade war, die wurden getrennt. Die wurden, also die haben, die hätten alle, äh, gleichzeitig das, äh, gleichzeitig anknüpfen sollen. Und, also die sind die von Kassel, in der Kassel, in der Kassel, in der Kassel. Scheiße, los 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 Scheiße, das ist ja blöd Ich habe doch gesagt, ich mach TG Scheiße, über den konnte ich hätten Ich habe doch gesagt, dass ich TP mache, wenn die Hilfe brauchen und das habe ich ja auch gemacht Immer schön demokratisch Scheiße Scheiße Echte Sacker, verschneidet er Nein Nein Aber wenn ich jetzt ehrlich kann, kommt zur Sorge, es ist Echt jetzt? Echt jetzt? Echt jetzt? Der will aufgeben Wir haben 30 Es ist over Was ist das denn für ein Prozess? Was ist das denn für ein Prozess? Wir verlieren ein ein mickriges, kleines Okay, also die Die konnten von dem Teamfight richtig gut profitieren Die haben jetzt zwei Inhibitors bekommen Aber Aber W-w-w-w- Was ist das Gamebreaking point Wenn RT nicht weg Wirklich He is carrying like A madman He is carrying like Give him a break Give him You are one The other half It's okay I got this Natürlich haben wir das Das war unser erstes Teamfight das wir verloren haben Soweit ich weiß Könnte sein Das ist ein Warte ich kann nicht gleichzeitig reden und schreien Warte Okay 30 zu 19 Ja So Come down Come the fuck down Meine Güte Zum Glück sind die anderen auch so Ich mag das Team Aber niederleben mag ich jetzt nicht mehr Das ist so ne Wahrscheinlich Ist das so eine Sobald sie nicht gefeatet ist Ich habe ich habe schon Die krassere Sachen bekommen Wie auch vom Von Von den Kills ja verloren Oder also nicht gut waren Jejejeje Okay warte jetzt gehe ich mal da rein Busch Und Sag mal hallo Na geht nie Geht nie Geht nie zurück 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 Also was We are game We are game Hallo Hallo Ja Ja Gehen her Weg Sehr gut Liebe Ja Ich würde sie Wie geht Man Geht Wie geht Wie geht meine Güte danke danke wirklich meine Güte oh Gott ohne Scheiß hat die gesehen dass wir gefiedert sind nicht oder also Triss ist gefiedert und Ari ist glaube ich auch gefiedert und ich bin da auch gefiedert gleich ich was mache ich denn wieder das Ding ist die also der Liege ist eigentlich immer bei der Catelyn er hat er hat er hat schon recht wenn wir die Catelyn bekommen dann können wir gehen dann gewinnen dann gewinnen wir aber wir können auch Kaser den Kiel oder die Catelyn die ist jetzt überdrehen um die ich mal runter aber meine Gäste Nürnberg und dem Fall verloren das wir halt von von aggressiver auf bisschen defensiv spielen meine Güte keine Welt mit der Schuss jetzt ist immer die Frage wann ich mal ok den stärkeren die 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 verkacken des Ulti genauso wie ich das heißt jetzt nicht das sollte heißen dass die besser besser ja egal wir müssen zurück die räumen noch sehr gut jetzt müssen wir pushen ähm was ich sagen Leute die haben den stärkeren Poker also die können besser ähm uns quasi Leben abziehen ohne das das 4 das genau ohne das dann ja ähm na was wollte ich sagen ne Tobi was will ich sagen ja keine Ahnung 38 zu 22 jahren langsam auf aber kein Grund zum voll ich meine geht ja ich bin ich bin ich ich bin ich so jetzt super war sein mehr und jetzt ist es cool vier war sein vier war sein come on junge das 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 die haben ein pink da da sind alle wartet 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 es kommt da bis dann die die das ist da alles ich weiß halt nicht wo die gegner also der Katarina ist da ok, aber der ist ziemlich gut ja, das ist das Ultima und der Flash vor allem da der geht jetzt weg das ist der Tiefel wo soll ich ihn? was bringt er? ja, das kann 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 das war echt ein komisches komischer teamfalt das war echt komisch der Baum ist echt gut auch hier wir haben jetzt auch nur deswegen gewonnen weil die anderen auf den Baum gegangen sind weil sie eben nicht auf den Tano gehen konnten weil eben der Baum zu weit vorne war und dann sind sie eben auf den auf den Baum gegangen und Tristana und Nidalee konnten dann letztendlich den Damage machen das war echt gut so ich muss jetzt echt bisschen ich habe eigentlich ziemlich viel Tenki aber so Magic Resist jetzt gehe ich erst habe ich ja noch nicht macht macht ihr mal Worte ja sehr schön das ist der Worte Scheiße wie hat sie mir Chaise ja weiß ja Ich glaube, das war's jetzt. Sehr schön. Okay, so weit. Okay, so weit. Wow, super schön. Ich dachte, echt das war. Ja, ja. Kann schon jetzt ein bisschen. Kacke! Das war echt... Das war echt nice, man kann. Verdammt. 20 Sekunden, ja, Nordlieder ist es in sechs Feder da. 3, 2, 1, 0 und Catelyn ist auch da. Ich kann das nicht mehr. Ja, das ist die ganze Zeit. Aber ich kann weiterpushen. Da gibt es keine Artikel. Hat T-Block bekommen. als nächstes hole ich mir in der Stadt äh was soll ich viel Magic aus dem Zweck haben weiß ich nicht ich glaube die Warmuth verkaufe ich wieder die Barret mein Leben habe ich eigentlich nicht ich bin über den 5 testen ich bekomme es Prozent heute an möglichen geilen Bust und und ja, don't be so toxic, ja, aber echt, vor allem nicht, wenn es so 30 zu 19 oder so steht, bitte, niemals aufgeben, ich habe viel krasserere Backups, oder das heißt nicht Backups, das heißt Comebacks, gesehen, bei mir und auch bei anderen, bei gegnerischen Teams. Das war nicht mal ein Comeback, wir haben so oder so geführt. Eee, eee, eee. Bam, 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 bam. So, nix kann mich töten, wahaha. Boah, okay, hihihi. Eee, das kann mich töten. Außer Magic. Äh, die Kälte, die ich keinem nicht schon mehr bekommen. Ja, egal, was schon ist mir jetzt vorbei. Ja, hey, cool, coole Spiel. Geiles Team, wirklich, also, das macht echt Spaß, mit so einem Team zu spielen. Und, äh, ja, das war's dann, ne? Ähm, und bitte niemals aufgeben, also, es sei denn, es ist wirklich 50 zu 1 oder so. Äh, naja, also, ähm, scheren, also, liken, Daumen hoch, ist dasselbe. Äh, abonnieren, schaut mal bei den anderen Videos, äh, bei den anderen Displays von mir vorbei. Gerade ist er ja nur ein Tomb Raider, aber, äh, vielleicht, äh, bis dahin, schon andere. Genau, also, bis dann, bye, bye.